Bis Trüffel, Saffel. Das tue ich auf mein BigStat. Oh, darf ich mich? Verkauf mal irgendwas. Ich liebe Schott, das Ding. Ist bestimmt irgendwann nochmal richtig So, wo geht's denn Klapper? Was ist denn hier? Ist das Eisen hier? Ja Hier ist ein Portal Das ist ein blaues Portal Ja, ja, ich komme Ja, gehen wir da oben oder Kobel? Ich glaube, da geht's weiter, da ist nämlich ein Savepoint Jetzt bestimmt wieder ein Teleport, wo wir irgendwas sehen Was ist das denn? Vielleicht kommen wir zurück zur Maze Zum, dem anderen Dude Kann ich mir auch vorstellen Ja Okay Wo bist du? In meinem Zimmer Oder deinem Hä? So schnell? Ja, hier sind unsere Trophäen für die Bosse Ich Lala Ja, kann sein, dass wir dann nochmal zum Wibbernskel gehen müssen Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin nicht so schnell Hier Was ist das denn? Was war der Vogelboss? Oh So, das kann warten So, das kann warten So, das kann warten So, das kann warten Ah, ja, er fragt nach den Items Oh, er hat ein Item Oh, er hat ein Item Ich muss ihm das jetzt geben Ich habe ein Item, ich kann ihn eins geben Ich auch Hier Wollte er hier vor noch was haben? Ach, Kevin, hier, nimm das Ich habe doch Ich kann nimm das Mehr Geld Ja, das verkaufen aber, ne? Oh, das sieht geil aus Okay, Fernrohr und Buch macht er ja, aber Willst du das nicht nehmen? Nicht nur für mich, aber für die Magi, die ich servele Es ist, was ich kam zu tun Aber das fand, dass ich nicht Das ist, dass ich nicht Oder nicht, ohne zu riskieren, die Schell Ich habe der Fügel, das which kann man sich in dieses TASK und ich werde anfangen, die Vurde das ist, deine Memorie Die Vortex hat sich in diesen Mountains geteilt. Du hast es gesehen, wenn du es durch die ÖPN-Ares auf der Vivensgale gesehen hast. Von den looksenken, ist es auf eine alte Strecke in der Draconien See. Was ist das, Malz? Warum ist da eine Hand unten? Oh, das ist deine! Oh, die Hand, tschüssi! Ja, die macht jetzt so ausreden. Hast du in deinem Journal jetzt was Neues? Er redet immer noch. Oh ja, ich hab jetzt was Neues. Aber ich muss trotzdem den Stargazer noch finden. Ah. Scheiße. Ja, lass mich doch mal in den Hubern. Ja, gleich. Achso, okay, er ist eigentlich fertig mit reden. Kann dieses Drop mal aus meinem Gesicht gehen? Ich hab nichts zum Droppen, geh weg! Vielleicht werden wir gleich laden. Hoffe ich. Eigentlich wollte ich noch Sachen, okay. Ja, das ist gut. Oh, jetzt müssen wir leicht OP sein, oder? Ja, hoffentlich. Ich will eigentlich jetzt nur schnell... Wie war der denn? Wo könnte er gewesen sein? Ich weiß das nicht mehr. Wahrscheinlich hab ich nicht mitgekriegt, dass er wieder gespawnt ist, wie bei dem Buch gerade. Und... Wir sind noch keine Gegner mehr, oder? Das wär natürlich auch geil. Oh ja, mit dem Spawn gebe ich dir recht. Wahrscheinlich hab ich das eingesammelt. Du hast nicht gesehen, dass es wieder spawnt. Ah, hier ist es. Oh, hast du schon. Ich hab's. Ja, es war eben bei dem Spinnen-Täfig. Cool. Genau, hier. Äh, geben wir einfach was zurück. Gebe ich das auch noch schnell ab und dann können wir bei dem Typer da machen. Scheiße, soll ich mich ab? Achso, ja, das ist recht. Ja, nee, deswegen flippe meine Finger hier aus. Hat sich schon gelohnt. Ich hab vier Highlighters mitgenommen. So, wo? Da. Ach, nee. Obwohl, hatte ich damals was in meinen Tool gepackt? Ja, her dann, bitte. Wo ist es denn da? Das ist genau das gleiche nochmal, du Arschloch. Da warst du den Löger da? Hä, was ist das denn? Puh. Deine Ahnung. Ich muss irgendwas verkaufen. Ohhhh. So, ich glaub Rüstung kann ich mir nicht. Kann man sich noch mehr Inventar holen? Nee. Da steht nur ein Mal. Äh, ich glaub ich hab eh nicht mit Geld. Gibt's jetzt eigentlich hier neue Sachen? Gibt's jetzt eigentlich hier neue Sachen? Nee, ich hab genug. Nee. Hey, das ist ja Retro Shit hier. Will doch keiner. Ja. Ja. 52. 85. Sehr gut. Let's go. Wo haben wir eigentlich? Wie viel Uhr? Ja, ich hab grad reingeschaut. Mitte nach vier. Aber wenn ich das richtig sehe, gibt's insgesamt drei Level. Hier sind nämlich drei Teleporter. Mhm. Wir sind jetzt in diesem, äh, Cave of Decay oder was da? Ja, das ist ja mit dem Ork, ja. Ich dachte, du hast mein Horn geklaut. Ich hör selber einen Horn. Da drehen wir uns fleißig. Hier ist er jetzt. Hast du nicht selber was geschaut? Nein. Bei mir klappte das irgendwie nicht so gut. Vielleicht wegen Lag oder so. Manchmal registriert er so meine Schwetsch, wenn man auch nicht so richtig. Immune zu pettigen Impulsen von Angst und Angst, Fiss-Champions steppen in die Minden. Er wusste, was der Wettbewerb ist. Yet, er hatte jede Hoffnung in ihrem Erfolg. Und wenn die Pura-Grabble-Gublins greifte die Gäste des Machinations, dann... so be it. Wie ist das? Wo ist das? Nein! Jetzt ist er. Wer seid ihr denn? Snackt ihr mich jetzt? Ich snack zuerst. Was geht bei ihm? Wow, was war das denn? Selbstmordatentäter, Pilz. Dicke Pilze! Sollte man es gleich besser snaden. Sollte man es gleich besser snaden. Sollte man es. Fühlt man sich hier direkt ganz klein. Okay, ich kann es nicht blocken. Der hat mit zwei Schilden, so. So. Ja, vielleicht. Ich bin da. Dir ging es aber auch schon mal besser. Ja, gehen wir jetzt. Ich bin hier hoch. Oh Gott. Links sind noch ganz viele Pilze. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, oh, da kommt ein paar. Fünf Stück hab ich gezählt. Geil. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh, shit! Ja. Wir brauchen bessere Rüstung, glaub ich. Ja, wir haben immer nur Waffen besorgt. Wir haben nur Waffen gekauft, ja. Ich hab überhaupt kein Geld um das. Du, wer war die Rüstung? Weißt du das noch? Ich glaub, die waren ein bisschen... Du, ich hab bis auf Helm auch nie was Besseres bekommen. Im Shop mein ich. Ja, ja. Das sind ja welche... Ich mein den Preis! Ja, äh, teuer. Ich weiß es. Boah, Kombo. Multikill. Ja, ja. Ich habe einen Schild zu unten als Schild. Oh oh, lauf! Okay, der eine ist einfach durch mich durch, du bist gleich tot Ja, hier sind ein paar Gegner, ich warte noch mit dem Schießen, okay? Der sieht nämlich krass aus Okay, fertig Alter, Schöne! Aha Ja, Schatz Ja, ich hab die andere Hälfte hier Okay Krieg ich die andere Hälfte auch? Ja, wie kombiniere ich das jetzt? Du steckst zusammen Warte mal Da Nee, kann ich nicht Ich glaub wir brauchen noch irgendwas, wo wir das einfügen können Oh warte, ich hab hier was gefunden Ja Was steht denn da? Äh, ich kann mir noch nicht so gut drehen, hier bist du And the runes scratched into the cave wall, nearby must be connected Welches? Hier Ich kann mir das jetzt nicht merken, was da steht Kannst du ja auch noch mal hinhalten Ich glaub wir müssen irgendwie eine Irgendes Pferde holen, wo wir das einsetzen können Warte, ich hab doch auch einen Teil Warte, ich hab doch auch einen Teil Aber ich seh hier auch nirgends was Das muss irgendwo in eine Hülle eingesetzt werden Ja Gehen wir es mal weiter Oh oh! Toh! Vielen Dank.